Oh mein Gott! Leute, ich hab's schon wieder gelöst. Aber einfach war's nicht, das hat mich jetzt doch ein bisschen mehr gekostet, als es eigentlich sollte. Nun gut, gehen wir das Ganze abspeichern, weil... Ich geh jetzt mal hier in die rechte Seite, zur rechten Seite, wobei... Ok... Oktober... Heißt hier die Devise. Und jetzt fehlt uns folgende Sache. Input. Das Input zu diesen Dingen. Das fehlt uns hier irgendwo und ich muss herausfinden, wo das ist. Ganz rechts war nämlich... Ach, hier rechts geht's nicht. Ganz rechts war nämlich unser Item, welches wir brauchen. Und jetzt muss ich gucken, wie es eigentlich zu diesem grünen Input kommt. Langsam wird's aber lästig. Denn... Denn... Ok... Das hat jetzt sehr viel gebracht, ne? Ich bin einfach nur runter jetzt gerannt. Die Grünen müssen wir jetzt auch füttern mit unserem Strom. Die Frage ist nur, wo sich dafür ein Gerät befindet, welches wir dann anmachen können. Wie gesagt, die rote, äh die rote sag ich schon, die gelbe Lacke, die muss ja für auch irgendwas da sein. Bitte speicher ab. Da ist wieder ein grünes. Ich muss den Kabeln folgen. Und ich muss mich jetzt schnell beeilen. Aha, ok. Alles gecheckt. Alles gecheckt. Alles gecheckt. Äh... Ich hab grad... Ich hab grad die Kabel ein bisschen, äh... Aus den Augen verloren, aber es macht nichts. Ich hab ja schon gesehen, wo das nächste Gerät ist. Aber wir lernen aus unseren früheren, äh... Abenteuern hier bei Saira. Und wir wissen, dass wir, äh, alles hier benutzen müssen. Alles benutzen. Nichts ist umsonst hier, das wissen wir ja mittlerweile. So, schnell. Schnell Saira allein. Warum bin ich so nett zu ihr? Das steht mir überhaupt nicht. Alles klar. Alles klar. Einfach Generator anmachen für unsere grünen Freunde hier. Oh, ein Moment. Unser erster grüner Freund nennt sich wie? Ist egal. Äh... Was? Ich steh grad auf der Leitung. Es tut mir leid. Ich steh grad auf der Leitung. Ich nehme das jetzt mal so hin. Ganz im Ernst. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, weil ich's nicht verstehe. noch nicht. Keins dieser Violetten darf übrig bleiben, oder wie, oder was? Das verstehe ich jetzt, äh... Ach, ich darf zurück... Äh... 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 Hä? Äh, wie, 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 wer, wer, wer? Wie komme ich denn da durch? Also, ich rede jetzt hier von unten. Wartet mal, ich zeige es euch mal. Das da, diesen Punkt da. Ich meine, wer, 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 wer? Ah, wartet mal, ich habe eine andere Idee. Naja, fast. Okay, ich verstehe dir das ein bisschen. Ich schon, aber ich kann es nicht erklären. Das unten fehlt mir. Wie soll ich da hin? Okay, ich kann es nicht mehr. Okay, ich kann es nicht mehr. Um Himmels Willen. Ich weiß, dass das auch immer schwieriger sein wird. Aber... Und jetzt Achtung. Nee. Okay, 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 okay. Um Himmels Willen! Oh! Wer lässt sich sowas einfallen? Um Himmels Willen! Hm! Hm! Und es geht nicht. Was war jetzt falsch? Ich habe es nicht einmal gesehen. Nein. Das könnte dauern, Leute. Das könnte wieder mal dauern. Ich kann nichts dafür. Die Rätsel kommen so, wie sie sind. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Es bleibt immer eins übrig. Das ist doch unglaublich. Puh. Es bleibt immer ein verdammtes Kügel übrig. Das ist unglaublich. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Seira, dieses Spiel macht mich fertig. Ne, ich bin wieder in der Falle. In meiner eigenen Falle. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Wie denn das? Wie ist das denn jetzt gelungen? Egal, pfeifen wir drauf. Alles nur. Alles nur. Ich weiß selber nicht, was es nur ist. Okay. Nächstes Computerlein. Oh, oh, oh. Das war jetzt mein eigener Tod. Okay, okay, okay. Okay. Das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, das ist doch... Ihr wisst nicht gerade, wie ich mich fühle. Wisst ihr, ich renne von einem blöden Automaten zum nächsten. Nur, um wieder so eine Kacke zu lösen. Ich, ich kann nicht mehr. Da spiele ich lieber I wanna be the guy. Und hab dann Ruhe. Da, mir fehlt, mir fehlt auch Ehrlich gesagt, hier, das da in der Mitte, da dieses... Da, wo dieser, wo dieses Stück Plätzchen frei ist, das stört mich. Äh. Einen Moment, wisst ihr was? Mir fällt hier gerade etwas auf. Okay, 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 okay. Das haben wir geschafft, geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Wo? Unten und nach rechts. Gut. Ich bin gerade, ja, nicht wundern, ich bin etwas sprachlos, weil, ähm, ich habe mit solchen Rätseln jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber, aber seht ihr, ich schaffe diese mittlerweile mit meinem eigenen Grips. Ich bin stolz auf mich. Was, Zaira? Du aber anscheinend nicht. Du fliegst einfach mal so. Himmels Willen! Zaira, was hast du gegen mich? Das geht so nicht. Okay, da möchte sie jetzt nicht hin. Gut, dann gehen wir halt einen anderen Weg um Himmels Willen. Dann machen wir es halt anders, weil Zaira keinen Bock hat, dort drauf zu springen. Ich verstehe dich und ich verstehe dich nicht. Hier rechts, hier rechts, hier rechts müssen wir irgendwie hin. Oh, bitte! Ja, ihr müsstet eigentlich mein Gesicht dabei sehen, wenn ich hier mit Zaira spreche, weil das ist überhaupt nicht lustig. Gehe ich hier nach unten, muss ich irgendwo? Geht das hier irgendwo hin, Ahab? Ja, das tut es. Hier. Wah! Äh, wo bin ich? Geht es hier hin? Ah, na endlich. Okay, noch einmal. Äh, ich wette, hier werde ich jetzt wieder länger sitzen. Ich sehe es schon kommen, wirklich. Ich sehe es schon kommen. Aha! Und tot Wieso gehe ich überhaupt da lang? Okay, das hier unten, das muss ich als letztes lösen. Ich bin sauer, ja? Das merkt man eventuell. Leute, ich mache das genauso wie bei den letzten Rätseln. Ich spule vor und ihr seht erst, wenn ich es gelöst habe. Weil ansonsten dauert das hier ewig. Also, bis gleich. Ich spiele vor und ihr seht erst, wenn ich es gelöst habe. Oh mein Gott! Das hat nicht mehr so lange gedauert. Ich musste gar nichts vorspulen. Oh, es hat geklappt. Okay. Die ersten, das alles muss ich mir jetzt nochmal aufschreiben. Aikotoba. Wisst ihr was? Ganz einfach. Fotos. Was gibt es denn hier? Das kann ich löschen. So, davon wird jetzt ein Foto gemacht. Und mit dieser Aktion verabschiede ich mich von euch. Denn ich weiß jetzt nicht, was auf uns zukommt. Ob es gleich irgendeinen Abspann geben wird oder was weiß ich. Wir sehen uns im nächsten Part. Gucken, was das Secret Item ist, welches sich hier auf diesem Planeten befindet. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.